Muttertag. Was für ein schönes Fest. Viele feiern es, aber wo kommt es her? These 1. Man könnte sich vorstellen, den Muttertag haben die Katholiken erfunden. Immerhin, es würde Sinn machen. Die machen ja so viel mit Maria. Maria Himmelfahrt, Maria Himmelfahrt, Maria Lichtmess, Maria Empfängnis, ach was weiß ich. Da können sie doch sicherlich auch noch einen Muttertag zustande kriegen. Aber nein, so ist es nicht. Die Katholiken haben den Muttertag nicht erfunden. These 2. Die Nazis haben den Muttertag erfunden. Könnte man auch meinen, die hatten es doch so mit Mutterkreuz und jedes Jahr dem Führer ein Kind schenken. Aber auch das stimmt nicht, denn den Muttertag gab es in Deutschland schon ab 1922. Und zwar war er ganz unpolitisch und wurde vor allem proklamiert vom Fachverband der Blumenfachverkäufer. Aha! Floristen! Das könnte sein. These Nummer 3. Die Floristen haben den Muttertag erfunden, um möglichst große Geschäfte zu machen. Denn die freuen sich garantiert noch mehr über den Muttertag als die Mütter selber. Aber auch das stimmt nicht ganz, bringt uns aber der Wahrheit schon sehr, sehr nah. Die Wahrheit ist, der Muttertag wurde erfunden von einer Protestantin, einer Methodistin aus, natürlich, Amerika. Sie hieß Anna Marie Jarvis aus dem schönen West Virginia. Ihre Mutter hieß Anne Maria Jarvis. Und als die zweiten Todestag hatte, dachte ihre Tochter, ich muss ihrer gedenken. Und ich will dies nicht alleine tun, sondern in meiner Gemeinde. Und darum lade ich alle zu einem Mother's Memorial Day ein, wo es nur darum geht, an meine Mutter zu erinnern. Das fand die Gemeinde so schön und so rührend, dass bereits ein Jahr später ein Mother's Memorial Meeting gefeiert wurde für alle Mütter dieser Gemeinde. Auch die Lebenden. Jede durfte sich am Schluss eine von 500 weißen Nelken mit nach Hause nehmen. Naja, und von da an nahm die Sache eben ihren Lauf. Und schon sieben Jahre später, 1914, war der Mother's Day bereits ein Nationalfeiertag in den USA. Und heute ist es bei uns auch eine wunderschöne Gelegenheit, Danke zu sagen bei der eigenen Mutter und auch bei Anna Marie Jarvis vielleicht. Oder war es Anna Maria Jarvis? Wie auch immer, alles Liebe und bis bald. Ciao, ciao. Ciao.